Wir sind ein unbewaffnetes Frachtschiff. Wir haben einen potenziellen Piratenkontakt. Das sind sehr wahrscheinlich nur Fischer. Das sind keine Fischer. Schauen Sie mich an. Ich bin jetzt Kapitän. Ich will 10 Millionen Dollar. Steigen Sie da nicht ein. Wir müssen sie von Bord schaffen. Wir schicken ein Zielteam. Ihr könnt die Navy nicht besiegen. Eher versenken Sie das Boot. Captain Phillips, hören Sie mich. Captain Phillips, hören Sie mich. Captain Phillips, hören Sie mich.